Ich begrüße euch zu meinem neuen Themenvideo aus der Reihe Denkmal drüber nach. Mein Name ist Jörg Schock und heute geht es um das Thema Verkehr. Auf deutschen Straßen ist die Hölle los. Das Auto ist das deutschen liebstes Kind. Die Zahl von 64,8 Millionen zugelassenen Kraftfahrzeugen macht dieses deutlich. Der Individualverkehr ist aber auch wichtig, um die Mobilität der Bürger zu erhalten. Es wird vielerorts Wege gesucht, die überfüllten Straßen zu leeren und die Verkehrssituation zu beruhigen. Ein Weg wäre dafür, den Güterverkehr auf Schienen- und Wasserwege zu verlegen und den Lkw-Transport nur noch auf den Wegen zum Abfahrtsort oder von der Ankunft zum Ziel zu bewegen. Diese Transporte können nachts erfolgen, wenn der Personenverkehr gering ist. Das hätte den Effekt, dass bei Ladenöffnung im Groß- und Einzelhandel die Ware bereits geliefert wäre. Ständig wird über Tempolimits auf deutschen Autobahnen geredet. Fakt ist jedoch, dass die Verkehrssituation und an vielen Stellen die Straßenqualität es gar nicht zulässt, selbst die Richtgeschwindigkeit von 130 kmh zu erreichen. Von den vielen bereits aufgestellten Geschwindigkeitsbeschränkungen mal abgesehen. Eine Grundlage im Straßenverkehr sagt, dass man immer so schnell fahren soll, wie es die Verkehrssituation zulässt. Auf dieser Grundlage muss es heißen, freie Fahrt für freie Bürger. Aber die Sache mit den Tempolimits gibt es nicht nur auf Autobahnen, sondern auch innerhalb geschlossener Ortschaften. Anstelle die vorgesehenen 50-Stunden-Kilometer zu ermöglichen, wird immer häufiger auf 30er-Beschränkungen zurückgegriffen. Ebenso auf Landstraßen. Oft hat das Sicherheitsgründe. An vielen Stellen sieht man aber auch, dass die wahllosen Geschwindigkeitsbeschränkungen verbunden mit Blitzern, eher der Finanzspritzer einer Kommune, anstelle der Sicherheit dient. Es ist nachvollziehbar, wenn währenddessen Kinder auf dem Weg zur Schule oder Kindertagesstätte sind oder vor Pflegeheimen und Krankenhäusern, dass dort aus Sicherheitsgründen die Geschwindigkeit reguliert wird. Was machen diese Beschränkungen aber für einen Sinn, wenn sie nachts auch noch bestehen? Was kann es für einen anderen Sinn haben als eine Abzocke, wenn auf einer geraden 4 Kilometer langen Straße sechsmal die Geschwindigkeit geändert wird und hinter jeder Änderung steht ein Blitzer? Der ÖPNV wird aus vielen Seiten propagiert, um die Verkehrssituation zu bereinigen. In städtischen Gemeinden ist dieses auch durchaus möglich. Im ländlichen Raum hingegen ist der Weg zur nächsten Bushaltestelle zumeist mehrere Kilometer entfernt. Wenn man mehrere Kilometer laufen muss, um einen Bus- oder Bahnhaltestelle zu erreichen, ist der ÖPNV keine Alternative zum Individualverkehr. Entsprechend müssten die Haltestellen ausgebaut werden, auch auf Wege, um nicht übermäßig umsteigen zu müssen. Genau wie die Fahrfrequenz ein ständiges Wegkommen sicherstellen müsste. Jetzt haben wir allerdings ein Problem. Leere Busse fahren zu lassen, kostet Geld und bringt nichts ein. Oft sind Fahrzeuge des ÖPNV im ländlichen Raum nicht voll besetzt. In einigen Regionen wird dafür in Kooperation mit Taxiunternehmen auf Anrufsammeltaxen und Anrufsammelbusse gesetzt. Dieser Bedarfsverkehr wäre bundesweit eine ideale Möglichkeit. Gerade in einer Zeit, in der sowieso jeder zu jeder Zeit ein Mobiltelefon mit sich führt. Linien fahrten nur noch zu Stoßzeiten und der Rest wäre Bedarfsverkehr. Taxi oder Bus kommt zur Haltestelle zu festen Zeiten, wenn ein Anruf durch den Fahrgast erfolgte. Die Straßen sollten darüber hinaus unbedingt fahrtüchtig gemacht werden. Schlaglöcher sind nicht nur unangenehm, sondern auch ein Unfallrisiko. Ein Video zum Thema Baustellen findest du oben unter dem i. Das geht selbstverständlich auch für Radwege. Der immer beliebter werdende Radverkehr muss auf sicherem Boden erfolgen. Um die Einhaltung der Straßenverkehrsordnung auch für Radfahrer sicherzustellen, sollte ab der Pflicht der Straßennutzung, also ab zwölf Jahren, eine Radkennzeichnung in Form eines Nummernschildes verbindlich sein. Aber wie seht ihr das? Schreibt mir in den Kommentaren, ob ihr meine Ansichten teilt oder ob ihr es anders seht. Wenn euch das Video gefallen hat, teilt es mit euren Freunden und gebt mir einen Daumen nach oben. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert meinen Kanal und aktiviert die Glocke. Ich würde mich freuen, euch bei meinem nächsten Video wieder begrüßen zu dürfen. Ihr könnt mir auch gerne auf Facebook, Telegram und Twitter folgen. Euer Jörg Wenn ihr schon dieses Video bis hierhin gesehen habt, dann sind die beiden Videos bestimmt auch etwas für euch. Nötigenfalls die Playlist, wo jede Menge andere Videos für euch zur Verfügung stehen. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren.